Hey, hey Leute, wie geht's wie stets? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead. Ja, wir haben im letzten Part, im letzten Part sind wir aus Crawford geflüchtet, haben es geschafft, die nötigen Sachen für das Boot zu bekommen. Es gab eine Menge enge Ära unterwegs und Kenny hätte Ben beinahe getötet. Einfach nur, weil er nicht leise sein kann. Ja, und ja, Omid ist auch jetzt wieder gesund geworden, ihr geht's auch schon viel besser. Und wir mussten leider Clementine sagen, dass wir keine Zeit haben, ihre Eltern zu suchen und haben sie natürlich sehr enttäuscht. Jetzt ist sie weg und jetzt machen wir uns auf die Suche nach ihr. Clementine! Oh Gott! Oh Gott! 1 2 2 3 4 5 5 4 6 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 18 18 18 19 19 20 20 21 22 22 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 20 22 22 22 22 27 23 22 23 25 25 25 25 25 26 Scheiße, wir wurden gebissen. Das war's doch wohl. Nee, das war's, ey. Scheiße. Das habe ich jetzt... Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er uns gebissen hat. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie so zurückgeschreckt ist, aber... Das habe ich echt nicht mitbekommen. What the fuck? Scheiße, ey. Der wird Clever-Teil ja noch mehr enttäuscht sein, schätze ich. Das war's, ey. Da war's nicht noch vorher. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out of here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Scheiße, aber niemand hat zu sein. Not wirklich. Huh. 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 Harissa hat wirklich Vernon in Ever... Vernon, ähm, sie einfach so missgenommen. Das... Kann ich mir nicht vorstellen. Er war davon ja netter Kerl. Obwohl, er in der Zombie-Abknüpfle weiß, man nie, wie man trauen kann. Nein, nicht. Das ist eine Menge Walker, würde ich behaupten. Clementine, are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Hello, Lee. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. Then you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Nein. Was? Ernsthaft, das wurde gerade so spannend. Scheiße. Okay. Wollte sagen, fangen wir an mit der Bewertung. So wie ich... Ich... Jedes Mal, wenn Episode 10 ist, erkläre ich ja, wieso ich mich für das und das entschieden habe. Aber damit beginne ich jetzt. Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Junge auf dem Dachboden? Ja, genau. Wir haben am Anfang der Episode oben auf dem Dachboden für Kenny einen Jungen umgebracht. Den er nicht umbringen konnte, weil er es nicht ums Herz gebracht hat. Weil dieser Junge aussah wie sein Sohn. Der aber auch gestorben ist. Und ich habe mich dafür entschieden, ihn zu erschießen statt Kenny. Ist... Ich meine, wenn man seinen Sohn verliert, dann möchte ich mir noch ein altes Kind erschließen. Das ist... Ich meine, es ist nur ein Untote, aber... Ne, es ist... Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Es ist ein sehr schlimmes Gefühl. Ein Kind irgendwie... Ich könnte mir so nicht vorstellen, dass ich irgendwie ein Kind jemals verletzen würde. Und nicht absichtlich. Ich könnte mir so vorstellen, und weil ich ein guter Mensch bin, habe ich jetzt für Kenny getan. Hippokratischer Eid. Hast du Venom belogen oder bedroht? Achso, ja, ganz am Anfang. Genau. Wir konnten... Als wir das erste Mal zu Venom und seiner Gruppe trafen, konnten wir ihn berügen oder konnten wir ihm die Wahrheit sagen? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, einfach weil ich ehrlich bin. Und wir wollten ja wirklich keinen Ärger. Und das war auch eine ganze... Eine Gruppe, die ganz in Ordnung war, die haben ja wirklich keine Probleme gemacht. Und... Ich zahle da kein Problem drin. 66%. Okay, da sind wir doch in der Mehrzahl, würde ich sagen. Genau wie im Vorhang, auch wenn die Wirung auf dem Dach wohnt. Sind wir auch in der Mehrzahl. Allein zu Hause hast du kleinen Teil mitgenommen. Du und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Ja, ich habe sie mitgenommen, weil... Ich möchte sie umgehend allein lassen. Ich weiß, es ist ein Fehler, sie mitzunehmen, weil es echt verdammt gefährlich ist. Aber ich wollte sie auch nicht alleine im Haus lassen. Das wäre sehr riskant gewesen. Das wäre in meinen Augen sogar noch gefährlicher gewesen. Weil wer weiß, wer denn da ins Haus kommt, und wenn sie alleine ist, dann ist sie ein Arsch. Dann ist sie... Ziemlich... Dann ist die Kacke am Lampfen. Ja, deswegen, um sicher zu gehen, dass ja auch wirklich nichts passiert, habe ich sie mitgenommen. Es war riskant, aber... Es war mir ohneprozentig... Sicher, dass ich das tun würde. Auch wenn es keine leichte Entscheidung war. Auf jeden Fall... Das finde ich so wichtig. Damit sind wir auch mit 73% in der Mehrzahl. Wem die Stunde... Wem die Stunde steht, oder wenn die Stunde schlägt. Da steht aber, wem die Stunde schlägt. Das ist ganz komisch. Hast du Ben in den Tod stürzen lassen? Du und 66% der Spieler haben ihn aufs Dach gezogen. Okay. Ähm... Ja, alles klar. Genau. Ich habe ihn hochgezogen, weil er einfach zur Gruppe gehörte und ich niemanden zurücklasse. Das ist einfach so. Egal, wie schwer verletzt er ist. Auch wenn er gebissen wird, ich lasse ihn nicht zurück. Aber er muss damit rechnen, wenn er sich verwandeln lässt, dass ich ihn natürlich umgehe. Das ist natürlich klar. Aber ansonsten würde ich trotzdem niemanden allein lassen. Niemand vorhin lassen. Pegasus. Ich würde versuchen, den EU zu gännen. Es sei, dass es wirklich so, dass er von Thomas ein Single ist und ich keine Chance habe, an ihn anzukommen. Dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber wenn ich die Chance habe, ihn mitzunehmen oder nicht, weil das in dem Moment entscheiden kann, dann lasse ich ihn nicht so weit. Darauf kann man bei mir einfach ganz sicher sein. Wir sind mit 66% in der Mehrzahl. Zeiten des Bisses. Hast du die Gruppe den Biss gezeigt? Du und 80% der Spieler haben den Biss gezeigt. Ja, ich habe den Biss gezeigt, weil es wäre doof von mir, wenn ich es nicht tun würde. Weil dann würden die Leute natürlich die Gruppe nicht wissen, was auf sie zuschwingt von der Gefahr. Und bevor noch mehr sterben, zeichnen das, damit sie erstmal Bescheid wissen. Es nützt ja nichts, wenn die Gruppe noch weiter tot geht, wenn ich auf einmal ein Zombie bin und die wissen nichts davon. Und dann dadurch sterben. Aber das hat in meinen Augen keinen Sinn. Deswegen habe ich mich, so wie die anderen, 80% entschieden. Wer begleitet die? Hä? Ach, ja, da können wir... Da können wir schauen. So wie wir uns dementsprechend entschieden haben, können wir alleine gehen oder müssen dementsprechend was wir getan haben. Unsere Entscheidungen zeigen quasi, wer uns jetzt begleitet. Aber da begleiten uns alle, außer Kenny. Kenny hat sich dazu entschieden, uns nicht zu begleiten, weil er als schon der Meinung ist, wir haben immer einen Stich gelassen, was auch meist war. Aber seine Entscheidungen waren auch nicht immer richtig. Deswegen erst mal beiseite. So. Wirklich weiter. Und damit kommen auch schon die Credits. Ich beende den Part aber nicht, sondern wir sehen uns jetzt gleich wieder bei der nächsten Episode und starten von der uns weiter. Bis gleich. Euer Yoshi Gamer. Und rein. Ciao, ciao. Hey, hey, Leute. Wie geht's? Wie steht's? Jetzt ist der Yoshi Gamer und ich bin zurück. Wie versprochen, die Credits sind zu Ende und wir sind jetzt beim letzten Kapitel. Schätze ich mal. Special 400 Tage. Okay, das scheint der jetzt hier zu sein. Ähm. Episode 5. Die Zeit wird knapp. Wir fallen an. Los geht's. Wir schauen mal, was uns erwartet. Ich schätze mal, dass wir gerade geguckt haben. Spezial 400 Tage. Ich schätze mal, das wird die letzte Person gesagt. Was ist bisher geschaut? On the Walking Dead. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. I think we should look for your parents. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah! If this was me asking you for help, would you be there for me? I need your help. Please! I'm sorry. You're on your own on this one. I swear, before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. Clementine! Ja, ich bin ja mal gespannt, was das passiert. Okay. Genau. Verhinderten wir ein Gespräch mit dem Entführer von Clementine. Dieses Spiel gerade passt sich von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Wir sind mit dem Zug hier angekommen. Und nun... Vernon! Get out here! There doesn't have to be any trouble here! All I want is the girl! Give her back and nobody needs to get hurt! Who is it? Clementine! Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Dory! Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. Please, don't hurt her! Hurt her? I'm not the one who hurts people. There's an ocean of dead between you and me and her and if I can thank God for anything anymore, it's that. just hold on, Clementine. I'm coming for you. He's coming for you. but we can deal with it together. We're going to need to hurry. How's that feeling? Fine. Don't worry about it. It wasn't a full jump. We don't have a lot of time. Oh, there come they schon. Scheiße. Okay. Okay, we're going to be ready. What's up with that? She'll be ready to go to the middle. There's nothing. Schrank, open the door. Auch nichts. Da haben wir was. Das könnte nützlich aussehen. Gripenspreizern. Aber nehmen wir mit. Vielleicht kann er uns ganz gut helfen. Das auch nichts. Eine Waage. Was können wir jetzt tun? Wir können die Hände da rauf, ne? Wir können ja mal versuchen, die zu öffnen. Aber ich weiß nicht, dass das ist. Nee, das ist wirklich nicht. Aber vielleicht kriegen wir es damit. Ich werde diese Tür öffnen in zwei Sekunden öffnen. Ja, das funktioniert. Das funktioniert, Leute. Nein, was ist los? Nein, was ist los? Nein, 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 nein. Ich habe sie zu öffnen. Ich werde es lachen, aber eher zu. Ich werde sie jetzt. Nein, ich kann nicht mehr wissen. Nein, ich kann nicht mehr wissen. Nein, ich glaube nicht, weil das verteilt sich ja durchs Blut, also das kann nicht sein. Also, wir machen ein bisschen weiter. Nein, wir brauchen noch nicht mehr. Nein, das kann nicht sein, das hat sich ja durchs Blut verteilt, das hat sich ja im ersten Moment schon durchs Blut verteilt. Ich glaube nicht, das ist absolut, also an sich wäre das total unlogisch. So, wir suchen es nochmal. So, wir suchen es einfach mal. Wir suchen es einfach mal, aber wir suchen es einfach mal. So, wir suchen es einfach mal. Und Leute, tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt tue, aber ich beende damit diesen Part hier von Let's Play The Walking Dead, denn die Zeit ist auch schon wieder rum, Leute. Und ich würde sagen, wir machen uns das nächste Mal im nächsten Part mit Ben, Crystal und Omid, mit Omid auf, um Clementine zu finden und zu hoffen, dass wir sie finden und irgendwie heil weggehen. So, dass alles wieder gut wird. Aber Leute, bis dahin erstmal, euer Josh Werner, haut rein, ciao, ciao, Yoshi.